Bayerisch-Brandenburg, eine altinische Kombination, bestehend aus dem Reiter Tobias Bachel und seinem Partner unter dem Sattel, dem gekörten DSB-Hengst, Taycan B. Vom Cicero Zett von Parmel, aus der Ballou Dien, vom Ballou de Rue, Nectar, Colibri, Furioso. So, gestern waren die beiden acht platziert mit einer fehlerfreien Runde. Richtiger, schicker Hengst hier vom Cicero Zett. Leuchtet natürlich die Mutterseite so ein bisschen durch, Ballou de Rue. Steffen Rossau, übrigens der Züchter, im Übrigen der Züchter, so heißt es natürlich richtig. Die beiden waren im April diesen Jahres schon im österreichischen Startel-Paurer erfolgreich. Das Ganze dort über 1,30 Meter. Da kommt es zum Abwurf, das ist wirklich schade. Vier Strafpunkte nimmt er mit auf die Schlusslinie. Bringt das Ganze jetzt ins Ziel. 67,94 Sekunden. Hitziger Zett, Zangasheiler Produkt vom Hardrock und Calvaro, aus der Zucht des Gestüts Eichenhain. Hitziger Zett, Zangasheiler Produkt vom Hardrock und Calvaro. Romy Hansig, Schweiz, Switzerland. Im Sattelsitz.